Liebe Petra, vielleicht sagst du uns ein paar Worte zu L-Tour und was ist das Prinzip von L-Tour? Ja, gerne Svetlana. Also erstmal herzlichen Dank für eure Einladung heute. Die L-Tour ist ja Europas größter Last-Minute-Reiseveranstalter. Wir sind vor fast 24 Jahren gegründet worden, haben uns seitdem natürlich groß weiterentwickelt. Mallorca war somit die Keimzelle, mittlerweile Dubai und auch weitere Fernreisen immer wieder dabei. Last-Minute ist für uns das Kerngeschäft, daraus sind wir geboren und das sind für alle spontanen Urlauber, die also, sage ich mal, maximal vier Wochen vor Reisestart überhaupt erst buchen. Gerne auch die, die uns an den Flughäfen besuchen und fast schon mit einem gepackten Koffer dastehen und ein paar Stunden später losfliegen. Sehr schön. Sag mal bitte, lieber Kerstin, die Lenzbild und L-Tour, wir wollen 2011 eine Jahreskooperation eingehen. Kannst du zur Entstehung dieser Kooperation ein paar Worte sagen? Ja, gerne. Angefangen hatten wir letztes Jahr im Sommer mit einer Testphase, für uns auch völlig branchenfremd, also mit einem nicht-touristischen Partner zusammenzuarbeiten. Die Testphase lief erstaunlich gut, wurde gut von unseren Kunden angenommen und wir haben dann eben entschieden, diese Kooperation auszubauen in 2011. Ja, da freuen wir uns drauf. Prima, wir auch. Asensia Reivanov ist der Kooperationsmanager bei uns, bei Lenspirit und ich würde mich freuen, wenn du ein paar Worte auch zu Inhalten und zu Zielen der Kooperation auch sagst. Also beide Unternehmen stehen ja für Qualität und Service, haben aber komplett unterschiedliche Kernkompetenzen, wie erwähnt von Petra, Elthoff für die Reise- und Last-Minute-Kompetenz und wir alles rund ums Sehen und im speziellen Kontaktdiensten. Und eigentlich haben wir das jetzt zusammengezählt und versprechen uns dadurch für Kunden, die wir gemeinsam haben, einen höheren Mehrwert. Sehr schön. Hat sich denn der Besuch nach Leipzig sich gelohnt? Ein paar Worte und ein bisschen Eindruck. Also was habt ihr für einen Eindruck von Lenspirit und auch von Leipzig? Also erstmal zu Leipzig, ich war noch nie in Leipzig und muss sagen, Petra und ich waren sehr positiv überrascht, auch gestern Abend schon mit einer tollen Bar und einem Restaurant und auch hier heute bei Sonnenschein zeigt sich Leipzig in einem schönen Licht. Absolut ein Besuch wert. Auch Lenspirit hier vom Gebäude an sich waren wir sehr überrascht, von der Innenausstattung sehr schön und sind auch ganz herzlich empfangen worden. Das freut mich, vielen Dank auch von meiner Seite. Petra, vielleicht von dir noch für unsere Zuschauer speziell ein paar Tipps, wie man Urlaub buchen kann, was sind die Reisetrends für diese Saison und speziell auch für Sommerurlaub? Gerne. Also für den Sommerurlaub ist natürlich das deutschen liebstes Kind Mallorca, die Hauptinsel. Auch dort werden wir wieder ganz spannende Produkte anbieten können dieses Jahr. Vielleicht auch einige Finkas für die, die eher so ein bisschen individueller ihren Urlaub gestalten möchten. Gerne ist natürlich auch immer bei den Deutschen gebucht, die Türkei, Antalya vor allen Dingen auch, aber auch Dubai ist immer wieder ein beliebtes Reiseziel, ebenso auch wie Ägypten, was auch um diese Jahreszeit schon ganz toll ist. Und für die, die vielleicht eher zu Hause bleiben wollen, ist natürlich die Nordsee auch mit Sylt und ganz tollen neuen Hotels ein Reisewert oder die es spontan eher am Wochenende vielleicht in eine Stadt zieht, Paris, Barcelona. Da sind überall spannende Produkte, die für jeden irgendwie was bieten können. Das klingt ja wirklich spannend und die Angebotspalette ist wirklich breit. Ja, wie bucht man die? Also wir haben natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben 164 Shops, also bestimmt bei jedem in der Nähe einer zu finden, wo die individuelle Beratung einfach da ist. Für die, die es ganz bequem von zu Hause von der Couch mögen, können es gerne auch online auf www.eltour.de machen oder aber auch bei unserem kostenlosen Hotline anrufen und sich dort auch nochmal beraten lassen, falls dann doch nochmal Fragen sind. Okay, sehr schön. Die besten Angebote gibt es zwei Wochen oder super, lass mir nicht drei Tage vorher. Absolut, für die ganz spontanen. Sehr schön. Ja, und auch für unsere Kunden gibt es ab sofort auch auf www.lenspure.de eine Reisewelt. Dort bekommt man auch Produkte, Kontaktlinsen, Pflegemittel, Accessoires, die man bei den Reisen besonders praktisch benutzen kann. Ich bedanke mich hier für euren Besuch. War sehr schön. Vielen Dank, Aga.